Hallo Leute, ich bin's wieder, Eukerian, heute mal mit Zombies! Wir starten! Oh noch, 0% H-O-B Ette Wissen! Ette Wissen! Ette Wissen! Ette Zombies! Es tut mir leid, mir zu landet ein Video mehr. Aber ich habe keine Leute, die mit mir zossen wollen. Ich muss hier mal rein auf. Wo bin ich hier? Die Tür zu ist? Jetzt zossen. Hä? Hier hoch geht's? Wo muss ich landen? Tote Leute? Hier ist zu. Da ist noch die Tür für die Tür. Wo ist noch ein Tor? Ok, hier ist er. Ich bin vor allem in der Tür. Ja, die Tür ist zu. So kann ich. Und ist klar. Der Doktor wird dich an... BAME! Oh man... Keine Zom... Fährt Zombies! Fährt Zombies! Oh! Ne, da! Und da! Ja, na! Störb nicht! Gute Town! Noch 3 Zombies, Tom! Annihilfe Yourself Los geht's! Wenn einer Lust hat, kann einer mir mal eine Freundin anfangen und dann mit einem Zombie oder über Facebook Ja klar, ich bin mir voll klar Äh, es wird, dass wir ein bisschen zu viel hier Oh, oh Kaboob Kaboob Es ist nur ein Knife, ich will have no chance Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 I long to �ð, naked, in euer Blood The Agony cathode Preeze, your destiny üç So, das ist es. Shite. Oh, wie lang ist denn der DT-Mor lädt, alter. Da bin ich schon ein. Oh, wie lang ist der DT-Mor lädt. Nein, das ist so disappointed. Es ist der DT-Mor. Bei einer Strecke werden Sie sterben. Gehen Sie nach Richthofen. Gehen Sie weg! 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 Das ist es! Es gibt nichts mehr! Es gibt nichts mehr! Ich bin ein Poet, und ich weiß es nicht! Du bist nicht wert! Du bist nicht wert! Meine Endurance! Es gibt nichts mehr! Du kannst mich nicht verletzen! Du bist nicht verletzen! Du bist nicht verletzen! Du bist nicht verletzen! Nichts ever! Die Endurance kommt schnell! Du bist nicht verletzen! Wer ist dein Vater? Du bist nicht verletzen! Loll! Fesselbart! Scheiße! Ja, tut mir leid, wenn ihr nicht alles zu sehen habt, aber wenn ihr die jetzt nochmal sehen wollt, dann starte ich die gleich nochmal und wenn ihr die nicht sehen wollt, dann lasst einen Daumen runter da und wenn ihr die nochmal sehen wollt, Daumen hoch. Okay, das war's von mir, tschau.